Wenn ich jetzt hier mittendrin irgendwelche Pufferkisten hinstelle, ne, macht das dann irgendwas? Ich glaube, ich lasse es erstmal so laufen. Ja, das ist schon cool. Also, das ist einfach nur Wooling vom Feinsten. Wir sollten halt echt gucken, dass wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Roboter-Hunger-Geschichten bauen hier. 1, 2, 3, 4, 5, joa, dauert halt ein bisschen, aber ist okay. Das ganze restliche Zor, ich werde noch über haben gleich, ne, da schmeißen wir hier irgendwo mit rein. Hier zum Bleistift. Achso, die kam irgendwo, wo kommen die? Achso, hinten, ne, vorne, besser gesagt, bei den Upgrades war das, ne? Ja, genau. Ja. Das Ding hier werden wir auch los, nämlich hier bei unseren Logistik-Roboter-Geschichten. Ja, hier fehlt's nicht ans Schmiermittel. Ja, es ist momentan alles so ein bisschen zusammengebrochen. Ach, genau. Batterien. Also, ich denke, als allererstes werden wir gleich die Batterie-Produktion erhöhen. Weil damit kommen wir nämlich gerade überhaupt nicht klar. Äh, das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Alter, das ist so geil, ne? Gut, aber vorher würde ich ganz gerne nochmal ganz schnell hier die Hangar-Geschichten hinbauen. So, einer kommt da mit hin. Dann bauen wir noch einen oben drüber. Und dann fehlt noch einer, ne? Äh, ne, zwei. Genau, richtig. Ja. Passt. Ja, und dann heißt es gleich, die Produktion ein bisschen ankurbeln. In irgendeiner Weise. So, der letzte ist gleich fertig. Na, komm. So, ich denke mal, die sollten sich dann ein bisschen besser aufladen können. Wie gesagt, die Geschichte mit den Pufferkisten weiter in die Mitte und so weiter, das machen wir später. Aber ich glaube, den Laden hier, den können wir jetzt erstmal so laufen lassen, wie er gerade läuft. Ja, ich denke, das geht. Ähm. Die Dinger brauchen so viel, ne? Okay. Ich werde jetzt mal eben eine Pufferkiste hier hinstellen. Einfach mal zum, zum Testen. Äh, brauche ich dafür noch? Ach so, die Schaltkreise, natürlich, ja. Ach nee, wir haben noch eine über. Kann man die Dinger, ach so, äh, kann man die konfigurieren? Ja, tatsächlich. Okay, pass auf. Dann werden wir eine Kiste hier zentral hinstellen. Und diese dann, äh, einmal mit, 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 genau, mit grün ausstatten, mit rot ausstatten, mit Prozessoren ausstatten. Mit Eisen, mit Kupfer, mit Stahl, mit Kunststoff, da. Vielleicht noch mit Batterien und Festbrennstoff. Habe ich Stahl schon gehabt? Ja, ne? Ja. Äh, lassen wir es mal so stehen. Es wird sich momentan wahrscheinlich eh nicht Zeit drin einfinden. Weil alles endlich instant hier weg transportiert wird. Und weil wir halt einfach zu wenig produzieren. Gut. Aber, lassen wir das mal laufen. Ja, das passt erstmal. Das ist auf jeden Fall ein Ressourcenverschlinger vom Feindsnail. So, äh, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir so ein paar Sachen zum Aufräumen. Wir werden als allererstes mal eben schnell zu unserem Uranvorkum oben fahren, welches keins mehr ist. Ähm, das Ding komplett abreißen. So, äh, da ist es. Genau, weil hier ist ja an sich nichts mehr los. Ähm, hier diese Schwefelsäurengeschichte. Lassen wir erst mal hier. Könnte ja durchaus sein, dass wir den Kram nochmal irgendwo gebrauchen können. Mmh. Ja, den Bahnhof lassen wir wie gesagt erstmal hier. Aber dennoch, da ist noch Uran im Zug, warum auch immer. Den Rest kann er ja noch wegbringen, äh ein Uran, lol ernsthaft, naja von mir aus. Gut, dann haben wir das schon mal weg. Dann würde ich gerne unsere alten Gammelerzvorkommen noch ein bisschen zurecht stützen. Und da kommt auf jeden Fall ein Zug wieder entgegen, aber das schaffen wir noch, genau. Oh oh, naja Glück gehabt. Okay. Bald ist es vorbei. Wahrscheinlich werden wir das heute nicht mehr erleben. Weil der letzte Rest hier zieht sich halt immer maßlos. Da kann man leider nicht viel dran drehen. Da ist noch einer. Ja, den Rest lassen wir erstmal stehen. Da ist noch genug drinnen auf jeden Fall. Festbrennstoff ist auch genug da. Ja, pass auf, dann gehen wir nochmal ganz kurz eben das Eisenvorkommen aufräumen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir unsere Batterieproduktion ein wenig erhöhen. Um nicht zu sagen verdreifachen. Da werden wir auf jeden Fall erstmal noch Upgrades reinschmeißen. Und dann noch einen, beziehungsweise besser zwei Produktionsstränge für bauen. Oh, die sind alle fertig. Ach komm, lassen wir den Tyler erstmal da. Ja, das ist auch durch, ne, das Zeug. Wie hat der noch? 290 irgendwas, ja super. Naja, lohnt sich ja nicht unbedingt. Ja, das Öl wird da ganz schön drunter leiden. Das ist richtig, da müssen wir mal gucken. Ob wir nicht doch irgendwann nochmal eine zweite Pipeline machen oder so. Äh, mal sehen. Ich meine, unsere Ölvorkommen ist ja an sich groß genug. Und wir müssen den Kram halt irgendwo, ja, rankriegen. Und das ist das Problem. Der hier ist fertig. Und der ist fertig. Oh. Und das war noch nicht geplant. Wir können das ganze Gedöns hier mal ein bisschen zurecht stutzen, oder? Pass mal auf. Äh, das machen wir ganz simpel. Der Rest von dem hier geht da mit ran. Da können wir die ganze Seite links komplett abreißen nachher. Oder gleich. So, auch hier das Zeug, das drehen wir mal schnell um. Und schmeißen es einfach hier mit drüber. Ähm. Ist das wichtig hier? Ah, da ist die Verbindung her. Okay. Das machen wir anders. So. Es kommt halt her. Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall haben wir gleich eine ganze Menge Förderbänder über. Und die ganzen Lanes, die wir jetzt abreißen, die werden wir gleich schon mal mit dem Bahnhof verbinden. Und ich jedenfalls. Das gefällt mir auch immer. Genau. Wie klein das alles so weit ist, ne. Das ist echt krass. Genau, das sind hier nämlich vier Stück tatsächlich. Das bedeutet, wir lassen den Quatsch hier mal. Den hier auch. Und das hier im Prinzip auch. Und das hier eigentlich auch. Genau, das verbinden wir nur ganz normal wieder. Hier machen wir mal eben zu. Ah. Upsi. Genau. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen Müll. Warte mal. Können wir das zufälligerweise... Ach nee, der hat alles voll gemacht, ne? Na, fast. Schmeißen wir es da mit rein. Okay. So. Da kommen wir nicht ganz durch. Okay. Ah. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Das ist schon mal gut. Genau, das sortieren wir gleich nochmal anders. Keine Panik. Aber ich möchte mal die ersten... Die ersten vier Lanes quasi mir mal ein bisschen klauen. So, dann kommt der ganze Quatsch hier mal eben weg. Ja. Ist nicht ganz richtig, so wie er gerade hier tickt. Achso, müssen wir ja oben noch anschließen gleich. Ja, ist okay. Nee, halt. So rum. Genau. Damit sollte das vorübergehend ein wenig geklärt sein. Eigentlich hätten wir sogar die vier Linken dafür nehmen müssen. Achso, wie gesagt, das sortieren wir nachher mit den ganzen Förderbändern hier nochmal neu um. Auf jeden Fall sollte dann wieder ein bisschen Eisen nachkommen, obwohl der Verbrauch gerade nicht so krass ist. Kupfer müssten wir eigentlich auch machen, ne? Oh, ich hab noch ein bisschen was. Aber Kupfer will ich ehrlich gesagt noch nicht unbedingt machen. Ja. Weil ich will einfach nicht mehr hier hinbauen. Wir müssen es halt nachher sowieso wieder sortieren. Das ist halt die Sache. So, was sagt denn hier unser Rest? Ah, 11k noch. Also auch bald weg. Wir können generell mal eben ganz kurz mal Richtung Gorleben gucken, unserem Zwischenlager hier. Jo, der hat sich hier wieder befüllt mit dem Uran-235. Machen wir es so. Genau, dann können wir da mal wieder so ein bisschen Quatsch hier entfernen. Ja gut, der ist eigentlich voll. Ja, aber wir lassen da einfach mal so ein bisschen Kram ab hier. Wunderbar. So, Batterieproduktion. Das steht nämlich jetzt auf dem Plan. Und das machen wir auch. Und als allererstes, bevor wir irgendwas tun, schmeißen wir hier mal Upgrades rein. Jetzt ist natürlich die Frage, woran mangelt es hier? Momentan noch an nix erst mal. Nö, tatsächlich. Ja. Man müsste jetzt halt... Oh Gott, Hilfe. Ach, jetzt so. Man müsste halt gucken, wo es halt hier dann runter geht, ne? Ja. Wir können auch hier einfach Upgrades reinschmeißen. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich meine, wir haben es ja. Nein, da kommen wir nicht durch. Ich hasse Rohre. Womit wir endlich mal wieder beim Thema wären. Rohre hassen. Ja. Okay. Im Prinzip könnten wir diesen ganzen Quatsch hier einmal kopieren und hinten wieder einfügen. Dann müssten wir hier nur Eisen und Kupfer nochmal absplitten und verlängern. So viele Eisen- und Kupferplatten brauchen die Dinger ja nicht. So, und der bekommt... Wofür hatten wir denn das nochmal gemacht? Ach, das war der Ausgleich hier zwischen den beiden, ne? Ja. Okay, dann bauen wir eine neue. Also wir bauen es quasi selbst. Aber dieselbe Höhe wäre schon cool. Ich will mal eben was gucken. Warte mal. Ja, Kacheln von mir aus auch. Und wir werden einfach... Äh, warte mal. Diese Querverbindung hier, die brauchen wir ja nicht. Und ich möchte ein eigenständiges Gerät hier diesmal bauen. Und ansonsten... Geht das Ding ja nirgendwo raus, ne? Doch, hier. Und hier. Und hier. Check. Gut. Oh. Nee, wir machen es diesmal wirklich komplett... Oh, eigenständig. Da müssen wir vorher noch ein paar Dinge abreißen anscheinend. Jetzt ist die Frage, welche Verbindung kappen wir damit? Also hier auf jeden Fall alles komplett. Oh. Das ist nicht so gut. Äh. Wie ist das? Natürlich nicht. Dann machen wir es so. Okay. 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 Nee, den brauchen wir, genau. So, dann haben wir hier nämlich... Einmal, zweimal... Ach Gott. Dreimal. Ja, gönn dir. So, ich brauche einen Kaffee im Moment. Ja, wie wir sehen, ne? Da sehen wir nicht viel. Wir haben übrigens noch keine Fabrik, die uns Chemiefabriken und diese Raffinerien herstellt. Ne? Nur mal so nice to know. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ach so, wir verbrauchen nicht genug Kunststoff, aber nicht genug Eisen, äh, Kupfer haben. Ah, ich verstehe. Ja, ist egal. Wir müssen auch mal diesen Tunnelquatsch und so weiter, ne? Dann müssten wir mal durch blaue Förderbänder ersetzen. Das machen wir auch gleich. Ne, jetzt hole ich mir erstmal den ganzen Katsch, den wir noch brauchen, um das Ding hier fertigzustellen. Da fehlt auf jeden Fall noch, äh, Beton. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ach du kacke. Äh, wir brauchen... Eisen. Stahl. Ein bisschen Kupfer. Und Ziegelsteine, die kriegen wir von hier oben. Einmal, zwei mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Gut. Das läuft, dann können wir auf jeden Fall schon mal Beton verteilen, würde ich sagen. Was sagt eigentlich generell so der Öldruck? Hier ist noch okay, okay. Äh, was machen die Tanks? Das ist nur die eine Reihe hier, die so ein bisschen rumspinnt. Ja, lassen wir es mal so. Ach, Mauern brauchen wir noch. Ja, das machen wir gleich. Und hier werden wir sowieso noch mal mit dem normalen Beton, also mit dem guten, sag ich mal, hier zwischendurch gehen. Ach so, wir brauchen sowieso noch was. Ja, pass auf, dann holen wir mal eben Mauern und noch, äh, Beton. Ja, und alles, was halt hier mit Förderbändern gemacht ist, das werden wir gleich durch blaue ersetzen. Muss man gerade nur eben was gucken. Und zwar, ist das hier nur die Durchreiche für die Kohle, falls wir noch mal, äh, diverse Dinge benötigen. Das heißt, genau, wir machen das stumpf so. Nach unten? Ach so, das ist das von dem, äh, hier Eisen-Kupfer-Gedöns, richtig. Ja, machen wir gleich. So, upsala, ah. Genau, das ist eigentlich nur die Chemiefabriken, die hier fehlen. Und die werden gerade gebaut, okay. Während die gebaut werden, ach so, jetzt holt er einen ab, natürlich. Äh, können wir schon mal gucken, dass wir Eisen und Kupfer hierher bekommen. Im Prinzip ist es ja kein Hexenwerk, weil wir müssten eigentlich nur hier einen Teiler einbauen und dann oben irgendwo rausgehen. Auf der Höhe hier kommt dann nochmal so ein, äh, Batteriebus mit dabei. Okay, äh, müsste reichen. Ich meine, die verbrauchen ja eh nichts davon, von dem Zeug. Das ist minimal, was sie hier brauchen. Nein! Okay, warte. So, Problem gelöst. So, dann haben wir die beiden Materialien nämlich auch schon mal so gut wie da. Hier fehlt noch ein Stück, genau. Genau. Jo, das klappt auf jeden Fall schon mal astrein. Übrigens, diesen Blueprint hier, den können wir löschen, weil da noch die alten Förderbänder drin sind. Ja, passt. Genau, dann müssen wir unten noch, äh, Dingens anschließen. Öl und Wasser. Und dann können wir hier schon mal fleißig anfangen zu produzieren. Super Sache. Habe ich noch Rohre? Ja, ein paar zumindest. Okay. So, aber noch normale. Oh, Mist. Könnte gehen. Wir sind noch nicht fertig, weil, ich habe vorhin beim Blueprint ändern ein bisschen zu viel weggemacht, weil das hier ist ja Wasseranschluss gewesen. Gut, äh, pass auf, wir gehen nochmal eben runter, füllen unsere ganzen Rohre und Co. nach. Äh, weil da brauchen wir jetzt doch noch ein paar mehr von. Und ich habe ein paar zu viele entfernt. Was ist eigentlich in unserer Chaosgesellschaft hier unten so los? Oh, ich brauche hier immer den in der Radaranlage. Ich glaube, es hat sich ein bisschen beruhigt. Die bringen hier Dinge von A nach B. Joa, das Übliche halt. Gut. Ah, ich wollte das vor der Pause nochmal eben schnell hier funktionsfähig hinbekommen, ne? Das machen wir noch schnell. Genau, Wasser hier raus. Und dieses Wasser hier raus. Und das hier dann doch mit ran, ne? Habe ich das nur falsch gedeutet gerade? Das waren die Wasseranschlüsse und nicht die, die Übergabepunkte. Naja, okay, passiert. Verdammt. Dann müssen wir das doch eben umverlegen. Warte mal. Oh, ähm, äh, so. Ist auch kacke. Shit. Das ist jetzt ungünstig. Äh, Priorität hat auf jeden Fall jetzt erstmal... Achso, ist ja leicht. Ja, ich habe schon gesehen, wie es geht. Wenn ich jetzt gerade sagen wollte, das Rohr hat auf jeden Fall Priorität hier in dem Fall. Äh, das hier müsste auch gehen. Genau. Zack. 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 Und zack. Genau, dann arbeiten die schon mal sehr schön. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir hier, äh, mit den Batterien wieder zurücklatschen. Und das ist dann vor der Pause auch der letzte Schritt, den wir noch machen. Ja, und da kommen wir dann nämlich genau hier mit ran. So. Ja. Warum auch nicht? Was sagt unser Öldruck? Ja, der kommt so langsam ins Wanken, würde ich mal behaupten. Gut, äh, jetzt haben wir hier noch 3,38 und 85. Es ist bald geschehen. Ja, hier oben ist es voll, was Eisen angeht. Und hier unten wird noch das alte Eisenvorkommen weg verbraucht. Das ist ganz praktisch, so wie es gerade ist. Okay, dann würde ich vorschlagen, lassen wir das erstmal so laufen. Wir werden nachher noch gucken, dass wir hier unten noch eine Radaranlage hinbekommen, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Und die Batterien. Wir müssen auch noch mehr Festbrennstoff produzieren, sehe ich gerade. Wo kommt unser Batterieboost? Nicht sichtbar wahrscheinlich. Na, war klar. Achso, upsie. Ich habe da was vergessen. Upsie. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. So. Ja, wie gesagt, machen wir nochmal eben 5 bis 7 Minuten Pause. Ich speichere nochmal ganz schnell. Und dann werden wir mal gucken, wie es nach der Pause so weitergeht. In dem Sinne, bis gleich.